Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.jolenmedia.de. Wir wollen weiter studieren in unserer Spezialserie über das Buch Jesaja. Heute sollen die Kapitel 11 bis 15 im Mittelpunkt stehen. Alle, die sich besonders vorbereiten wollen auf das Bibelgespräch am 16. Januar, seien darauf hingewiesen, dass das Thema dort Jesaja 7 Vers 1 bis 14 schon in unserer letzten Sendung mitbehandelt worden ist. Ihr könnt dann nochmal den Abschnitt euch anschauen und im Sendemanuskript die entsprechenden Informationen und Parallelfersen studieren. Wir wollen hier jetzt weitermachen, wir wollen in dieser Serie das gesamte Buch Jesaja im Überblick uns anschauen. Und bevor wir beginnen, möchten wir Gott einladen, unsere Gedanken zu führen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du in dem Buch Jesaja so unglaublich interessante und schöne Botschaften uns gegeben hast. Danke, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprechen möchtest, dass wir es so verstehen, wie du es gemeint hast. Bitte hilf du uns, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und gib, dass wir Jesus noch mehr lieb haben, weil wir ihn in deinem Wort erkennen und er zu uns spricht. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir haben das letzte Mal aufgehört in Jesaja 10. Damit, dass der Sieg über die Assyrer symbolisch dargestellt worden ist, als ein Abhauen der Wälder, der Bäume. Dieses Bild taucht öfter in Jesaja auf. Wir hatten schon in Jesaja 6 auch gesehen, dass nur ein Wurzelstock, ein kleiner Überrest übrig bleiben würde für das Volk Judah. Wenn Gott Gericht hält, dann bleiben nur Übrige übrig, nur eine Wurzel. Und mit diesem Gedanken, der Wurzel, einem Stumpf, geht es jetzt weiter in Jesaja 11, Vers 1. Hier wird nämlich eine wunderbare Botschaft uns gezeigt. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Hier haben wir eine Prophezeiung auf den Messias. Vorher in Kapitel 10 waren die großen, starken Bäume Symbol für die Assyre. Hier kommt der wahre König und er sieht zunächst aus wie ein unscheinbarer Zweig. Der Begriff Schössling ist ganz ähnlich wie Spross in Jesaja 4, Vers 2. Und Schössling Nezer weist auch schon nach Matthäus 4, Vers 23 auf die Herkunft des Messias aus Nazareth. Isai war der Vater von David. Es geht also hier um die Dynastie, um das Haus Davids. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Buchstäblich erfüllte sich diese Prophezeiung bei der Taufe von Jesus, als der Heilige Geist ihn salbte. Sieben Aspekte des Heiligen Geistes. Deswegen spricht Offenbarung 1, Vers 4 auch von den sieben Geistern. Er wird gesalbt, um den größten Feind, die Sünde und den Satan zu besiegen. Von etlichen Richtern heißt es ja, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt waren, um verschiedene Feinde zu besiegen. Hier kommt der wahre König, der wahre Richter, der Messias. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen recht sprechen. Er wird Gottes Furcht lieben. Gottes Furcht ist ein wesentlicher Bestandteil des Evangeliums, wie uns Offenbarung 14, Vers 7 sagt. Er wird nicht nach äußerem Eindruck, nach menschlichem Ermessen richten, sondern, Vers 4, er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und die Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde schlagen mit dem Stab seines Mundes und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Jesus selbst hat immer wieder davon gesprochen, dass er ein wahres Urteil fällt. In Johannes 7, Vers 24 und auch Johannes 8 sehen wir, wie er diese Prophezeiung buchstäblich erfüllt hat. Die Bibel sagt uns, dass er gehört worden ist wegen seiner Gottesfurcht. David war schon ein Typus des gerechten Messias gewesen, wie uns Texte im Alten Testament deutlich machen. Und diese Bezeichnung hier, dass er mit dem Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten wird, wird von Paulus aufgegriffen in 2. Thessalonicher 2 und von Johannes in Offenbarung 19, wenn Jesus bei der Wiederkunft die Mächte der Finsternis besiegen wird, den Antichristen und seine Alliierten. Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Länden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Die Bibel macht uns deutlich, dass wir Jesus darin imitieren sollen. Dann wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen, das Kalb. Der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Hier wird beschrieben, was das Reich Gottes am Ende bewirken wird. Der Bund Gottes wird sogar eine Auswirkung auf die Tierwelt haben, auf der neuen Erde, die Jesus neu schaffen wird. Aufgrund der Erlösung, die er als Messias erwirkt. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Also hier wird es absolute Gefahrlosigkeit geben. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das hatte Gott schon verheißen in 4. Mose 14, später auch in Habakkuk 2 und natürlich in Offenbarung 18. Das ist sein Ziel. Die Wahrheit des Evangeliums, wie Jesus sie präsentiert hat, soll in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Hier wird genau das beschrieben, was dann auch in Jesaja 2 schon thematisiert worden ist, dass der Berg Zion zum Anziehungspunkt für alle Menschen werden wird. Und genau so kommt es jetzt hier in Vers 10. Und es wird geschehen an jenem Tag. Das ist der Tag des Herrn, von dem wir oft schon gehört haben. Da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelsprost Isais, der als Banner für die Völker dasteht. Und seine Ruhestätte mit Herrlichkeit, ein ganz toller Vers. Der Wurzelsprost. Hier ist jemand Wurzel und Sprost gleichzeitig. David, Jesus erklärt später in Offenbarung 22, dass er die Wurzel und der Sprost Davids ist. Er ist die Wurzel Davids, weil er der Schöpfer von Davids ist. Er ist Gott. Aber er ist auch der Spross, der Nachfahre, der Same Davids, weil er Mensch geworden ist und ein Sohn Davids geworden ist. Bis hier drückt sich genau diese Idee aus, dass Gott Mensch wird. Diesen Begriff, den wir schon in Jesaja 7 hatten, Immanuel. Schon Jakob hat er vorher gesagt, dass die Völker dem kommenden Messias gehorsam sein würden. Damit haben wir jetzt folgendes Bild. Wir hatten in Jesaja 10 gesehen, dass nur ein Überrest der Israeliten sich zum wahren Messias bekehren würde. Aber hier sehen wir, dazu werden viele andere aus anderen Völkern kommen und zu diesem Banner, diesem Kriegsbanner sich wenden. Was bedeutet, dass sie Teil der Armee Gottes werden? Seine Ruhestätte. Seine Ruhe ist Herrlichkeit. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er will uns echte Ruhe geben. Hebräer 4 spricht davon, dass durch den Glauben wir in diese Ruhe eingehen. Und es wird geschehen an jedem Tag. Da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Eine neue Erlösung, so wie damals in Ägypten. Um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten. Aus Patros und Kursch und Elam und Sinia, aus Hamad und von den Inseln des Meeres. Die übrigen werden gerettet. Und dieses Motiv, das haben wir gesehen in Jesaja 10, ist ein entscheidendes, um dann zu verstehen, wer diejenigen sind, die das geistliche Israel, sowohl in der Zeit von Jesus bis dann auch hin in der Endzeit, wer dieses geistliche Israel ist, die übrigen, die auf den Messias hoffen und sich von ihm erretten lassen. Und dazu werden sie aus allen Völkern kommen. Hier werden einige Länder beschrieben. Natürlich Assyrien und Ägypten, die sind bekannt. Patros ist Oberägypten, also der Süden von Ägypten. Das Ägyptische Reich war zu der Zeit nicht ein Reich, sondern aufgeteilt. Denn mehrere Dynastien, die teilweise gleichzeitig regiert haben, Ober- und Unterägypten, also das Nil-Delta ist Unterägypten, Oberägypten dann südlich davon, waren nicht geeint. Man spricht hier von der sogenannten dritten Zwischenzeit, wo vieles politisch durcheinander ging und politisch zersplittert war. Kursch ist Nubien, das noch südlicher als Patros, also noch südlicher als Südägypten liegt, dem heutigen Sudan und Äthiopien. Elam, ein altes orientalisches Reich, östlich, südöstlich von Babylon, von der wir aus der Zeit keine elamischen Quellen haben, aber das dann später noch einmal recht wichtig werden wird. Sinias, die alte Bezeichnung für Babylonien, das sehen wir aus 1. Mose 11 natürlich und auch vor allem aus Daniel 1. Das Hamad ist eine wichtige Stadt, der Arameer gewesen, die Inseln des Meeres spricht, das ist die Ägäis, das ist Kreta, das ist Zypern, das ist also der ganze Mittelmeerraum. Und hier sehen wir also, wie in alle Himmelsrichtungen der Prophet sich wendet und sagt, sie werden von überall her kommen. Und er wird für die Heidenvölker einen Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen. Von den vier Enden der Erde aus allen Gegenden werden sie kommen. Das Banner wird aufgerichtet. Jesus selbst hat davon gesprochen, dass er erhöht werden wird. Übrigens hat Ellen White diesen Vers, diesen Gedanken hier auch angewandt auf die weltweite Mission. Sie sprach von den Missionsstationen in den entlegensten Gebieten als Banner, als Feldzeichen, die aufgestellt sind. Vers 13. Und die Eifersucht Ephraims soll weichen und die Widersacher Judas sollen ausgerottet werden. Ephraim wird Judah nicht mehr beneiden und Judah wird Ephraim nicht mehr bedrängen. Wenn der Messias herrscht, dann ist die Spaltung, sind die Bürgerkriege zwischen Nord- und Südreich beendet. Sondern sie werden den Philistern auf die Schulter fliegen nach Westen und gemeinsam die Söhne des Ostens, das sind also die Araber vor allem und die Arameer, plündern. Nach Edom und Moab greift ihre Hand und die Ammoniter gehorchen ihnen. Denn Jesaja beschreibt ja diese Vision eines wiederhergestellten, vereinigten Israels, das unter dem Messias sich befindet. Die Messias glaubt und folgt und die Herrschaft sich ausbreitet nach Westen und nach Osten in die verschiedenen Gegenden. Hier geht es nicht um eine militärische Expansion. Hier geht es um den Triumph des Evangeliums, den Triumph des Messias. Diese Prophezeiung hätte sich buchstäblich erfüllen können, wenn die Juden, wenn Israel den Messias Jesus angenommen hätte. So sind diese Prophezeiungen jetzt geistlich übertragen zu verstehen. Auch wird der Herr die ägyptische Meeressunge zerteilen und mit der Glut seines Hauches seine Hand über den Strom schwingen und ihn zu sieben Bächen zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Hier haben wir ein Echo aus der Geschichte vom Auszug aus Ägypten und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist. Von Assyrien her, wie es für Israel eine gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten hinaufzog. So wie es damals eine Erlösung gab, wird es jetzt eine Erlösung sein. Hier wird deutlich, der Messias wird sein Volk erlösen aus aller Knechtschaft. Seien sie in Ägypten Knechte oder in Assyrien Knechte und was eigentlich ja geistlich dem allen zugrunde liegt, aus der Knechtschaft der Sünde. Kapitel 12, Vers 1. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich her, denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gebändet und du hast mich getröstet. Diese wenigen Verse von Kapitel 12 bilden jetzt den Abschluss, das Danklied, der Lobpsalm der erlösten Israeliten und damit eigentlich den Höhepunkt und den Abschluss des gesamten Abschnittes von Kapitel 7 bis hier Kapitel 12. Denn in Kapitel 11 wird die Herrschaft des Messias beschrieben und Kapitel 12 die Reaktion der Erlösten. Es geht also in einem Ganzen durch hier. Es heißt weiter, siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, er wurde mir zur Rettung. Möge dieser Vers, lieber Freund, liebe Freundin, unsere persönliche Erfahrung sein, dass Gott unsere persönliche Errettung bewirkt, dass er unser, mein persönlicher Heiland ist, dass wir ihm vertrauen. Dass wir darauf vertrauen, dass er das Beste für uns will, dass wir ihm vertrauen, dass er uns richtig führt, dass er uns von aller Sünde reinigen und retten kann. Und deswegen wollen wir uns nicht grauen lassen, wenn die Welt auch noch so finster und seltsam ist. Wir wollen Gott vertrauen und uns nicht grauen lassen, denn Gott ist unsere Kraft. Paulus sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft. Er schenkt uns alles, was wir brauchen, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, sagt Paulus in Philippa 4, Vers 13. Er ist unser Lied. Er sollte derjenige sein, über den wir die besten, schönsten und süßesten Gedanken haben. Und er wird uns retten. Möge das unsere Erfahrung sein, dass wir aus eigener Erfahrung sagen, Gott hat mich gerettet. Ich kann heute hier sagen, Jesus ist für mich eine Kraft geworden und ein Lied. Er hat mich von so viel errettet und dafür bin ich ihm von Herzen dankbar. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Dieses Bild, dass das Evangelium eine Quelle ist, dass es da Wasser gibt, Wasser des Lebens, die wird später immer wieder aufgegriffen. Jeremia 2, Johannes, mehrmals in der Offenbarung. Hier ist dieses Bild angelegt, Vers 4. Und werdet sagen zu jener Zeit, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Wenn wir echte Erlösung erleben, dann werden wir Gott danken und wir werden anderen davon erzählen wollen. Gottes Plan war, dass die Israeliten wirklich ihn kennenlernen, dass sie seine Erlösung ganz in Anspruch nehmen, dass die Übrigen ihn erkennen und dann allen anderen Völkern von diesem wahren Evangelium erzählen. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Es soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Das erste Lied der Bibel in 2. Mose 15 ist die Reaktion auf die Erlösung von den Ägyptern. Hier geht es um ein anderes Lied. Das Lied sozusagen nicht Mose, sondern das Lied des Lammes. Wenn wir in der Sprache der Offenbarung bleiben, die Erlösung durch den Messias von den Sünden. Jauchze und Rühme, die du in Zion wohnst, denn der heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Gott ist in Zion. Er ist Immanuel. Er ist mit uns. Erst bei allen übrigen Offenbarungen. 14 Vers 1 macht deutlich, dass er mitten unter denen sein wird. Unter den 144.000. Er möchte mitten in deinem und in meinem Leben Großes tun. Damit endet, wie gesagt, dieser große Abschnitt von Kapitel 7 bis Kapitel 12. Und wir beginnen jetzt einen neuen großen Abschnitt, in dem in den nächsten Kapiteln eine ganze Reihe von Weissagungen über verschiedene Nachbarvölker Israels, verschiedene Heidenvölker beschrieben werden. Es geht zunächst los in Kapitel 13, Vers 1, die Last über Babel, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Babel war natürlich berühmt durch den Turmbau zu Babel, ganz am Anfang der Bibel. Das Königreich Babylon hatte später auch zur Zeit der Patriarchen und dann auch nochmal zur Zeit der Richter große Bedeutung im Alten Orient gehabt. Aber zur Zeit Jesaja, es war Babylon nur noch ein Schatten vergangener Zeiten. Politisch schwach und vor allem von den Assyrern dominiert, schien es so, als ob die Babylonier keine große Rolle mehr spielen würden. Mittlerweile gab es viele aramäische und chaldeische Stämme, die in Babylonien tonangebend waren. Der Tiglath-Pileser, der Dritte, den wir schon kennen aus den früheren Kapiteln, hat mehrmals Feldzüge gegen Babylon unternommen. 745, 731 und 729, wo er die verschiedenen Könige besiegt hat und sich selbst zum babylonischen Herrscher gemacht hat. Und Babylon Teil von Assyrien wurde. Und trotzdem sagt Jesaja, dass dieses Babylon noch eine gewaltige, große Rolle spielen wird. Schauen wir mal. Vers 2, richte deinen Kriegsbanner auf einen kahlen Berg auf, ruft ihnen laut zu, winkt mit der Hand, dass sie einziehen durch die Tore der Fürsten. Es wird eine Versammlung feindlicher Truppen geben, ein Krieg gegen Babylon. Vers 4, horch, Lärm auf den Bergen, wie von einem großen Volk, horch, Getöse von Königreichen, von versammelten Heidenvölkern. Der Herr der Herrscher mustert ein Kriegsherr. Die Berge sind natürlich das Sakos-Gebirge im Osten, im West-Iran. Von dort kamen dann knapp 200 Jahre später die Truppen der Meder und der Perser. Sie kommen aus einem fernen Land vom Ende des Himmels. Der Herr und die Werkzeuge seines Zorns, um das ganze Land zu verderben. Auch später, wenn wir sehen, wie die medopersischen Truppen das Instrument in der Hand Gottes gewesen sind. Auch Daniel sagt ja einiges darüber. Diese Eroberung von Babylon durch die Meder und Perser ereignete sich dann im Jahre 539 im Oktober vor Christus. Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Und hier wird jetzt deutlich, dass auch die Eroberung Babylons 539 vor Christus, ungefähr knapp 200 Jahre nach Jesaja, zu einem Typus werden würde für den endzeitlichen Tag des Herrn. Das sollten wir jetzt im Hinterkopf bedenken und behalten, weil später in der Offenbarung natürlich immer wieder Babylon auch als endzeitlicher Akteur beschrieben wird, als Symbol für die Feinde Gottes in der Endzeit. Vers 7. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt. Und hier sieht man schon, dass es eine recht globale Sache sein wird. Alle Hände werden schlaff, sie sind bestürzt. Schüttkrämpfe und Wehen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Jesaja war also ein Meister der plastischen Darstellung. Wir erinnern uns vielleicht an Daniel 5, wie der König erschreckt gewesen ist und seine Gäste als die Hand an der Wand erschien und den Untergang prophezeite. Siehe, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Das Wort Eretz heißt dem Hebräischen sowohl Erde als auch Land. Also historisch ging es um das Land Babylon, aber endzeitlich geht es um die ganze Erde, die verwüstet wird, wenn Jesus Christus zunächst einmal wiederkommen wird und dann die Gottlosen bestrafen wird. Die Sünder werden buchstäblich daraus verzilgt werden. Die Bibel macht das sehr deutlich in 2. Thessalonicher 1 in Sprüche 2, 22. Ja, die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Hier sehen wir ganz deutlich den endzeitlichen Kontext, wie sehr das Ganze jetzt nicht nur auf die Zerstörung Babylons bezogen wird, sondern auf das Ende der Welt. Und ich werde an dem Erdkreis, und hier wird jetzt sehr deutlich, dass es sich um die ganze Erde handelt, ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Hier finden wir wie ein Refrain wieder eines der Hauptthemen von Jesaja, der Stolz der Menschen, der im Gericht Gottes bestraft wird. Wir hatten diesen Stolz gesehen in Jesaja 2 beim Tag des Herrn, Jesaja 3 bei den Töchtern Zions. Wir hatten diesen Stolz gesehen bei dem Nordreich Israel, bei den Assyren. Und jetzt hier auch in dieser Stelle. Und dann heißt es in Vers 12, ich will den Sterblichen seltener machen, als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Gold von Ophi. Im Kontext bedeutet das, es werden so viele Menschen sterben, so viele Menschen gerichtet werden, dass nur sehr wenige übrig bleiben, dass das etwas sehr Besonderes sein wird, wenn ein Mensch übrig bleibt. Aber das lässt sich geistlich übertragen, denn wir wissen aus früheren Kapiteln, wenn Gott Gericht hält, bleiben einige übrig. Es sind diejenigen, die am Leben bleiben, die zum Leben aufgeschrieben sind, wie Jesaja 4 uns gesagt hat. Sie sind Kospa und Ellenwald verwendet, deswegen diesen Vers. Insbesondere immer, um zu zeigen, wie wertvoll ein jeder Mensch im Licht des Evangeliums ist. Jesus, der für uns alle Strafe des Gerichtes Gottes getragen hat, hat das getan, damit jemand übrig bleiben kann, nämlich du und ich. Damit wir Übrige sein können, die am Leben bleiben, weil er die Strafe uns getragen hat und deswegen macht er uns durch das Evangelium so kostbar wie Gold. Mögen wir doch das Evangelium richtig wertschätzen. Vers 13, darum will ich die Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn, der Herrscher, und zwar am Tag der Glut seines Zornes. Der Tag des Herrn will die Himmel erschüttern. So sehen wir es auch in Joel und natürlich in Offenbarung 6 und Matthäus 24, die Glut seines Zorns, erinnert uns an die dritte Engelsbotschaft, wo der Zorn Gottes ausgegossen wird in den Plagen, die dann Offenbarung 15 und 16 beschrieben werden. Und sie werden sein wie verscheuchtige Zellen und wie Schafe, die niemand sammelt. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder wird in sein Land fliehen. Die babylonische Einheit wird aufbrechen und das erinnert uns so ein bisschen vielleicht auch als Echo an Daniel 2 und Offenbarung 16, wo die endzeitliche babylonische Einheit wieder aufbrechen wird in ihre Einzelteile. Wen man aber erwischt, der wird durchbohrt und wer ergriffen wird, der fällt durchs Schwert. Und hier sehen wir in Vers 16 dann, ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Grausame Dinge würden sich ereignen, als Babylon erobert werden würde. Und das sind ganz furchtbare zeitgenössische Begleiterscheinungen bei solchen Eroberungskriegen. So etwas Ähnliches wird auch berichtet über die assyrische Eroberung von Theben in Ägypten in Nahum 3, Vers 8. Sehr konkret, sehr realistisch wird hier wieder die konkrete historische Eroberung Babylons beschrieben. Und dann heißt es weiter in Vers 17, Siehe, ich erwecke die Meder gegen sie, die das Silber nicht achten und am Gold keinen Gefallen haben. Man wird sie nicht bestechen können. Hier wird sehr deutlich beschrieben, dass Babylon zugrunde gehen wird durch die Meder. Fast 200 Jahre eben vorausgesagt. Zu dem Zeitpunkt, als sie sei, das schreibt, sind die Meder nur halbwegs gut bekannter Stammesgruppe weit im Osten im Zarkos-Gebirge. Die Assyrer sind gerade dabei, sich mehr und mehr tributpflichtig zu machen, haben aber noch längst keine wirkliche Kontrolle über sie. Die Assyrer nennen sie die Madaya. Sie sind erst vor einiger Zeit überhaupt aufgetaucht und die Perser gab es in der Zeit so noch gar nicht, sondern die später sogenannte Persis gehörte noch zum Reich Elam. Eine Sache ist sehr interessant hier. Aber vielleicht lesen wir noch erst kurz den Abschnitt zu Ende. Und ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken. Sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen und kein Mitleid mit den Kindern haben. Den Babyloniern wird widerfahren, was sie den Israeliten selbst angetan haben. So wird Babel die Zierde der Königreiche. Der Ruhm, der Stolz der Chaldea. Hier haben wir diese chaldeische Bevölkerungsanteile. Umgekehrt vor Gott wie Sodom und Gomorra. Sie waren die Zierde der Königreiche schon deswegen, weil die babylonische Kultur den ganzen alten Orient durchdrang. Es war die erste Machtbildung nach der Sintflut, die uns 1. Mose 10 deutlich macht. Später war tatsächlich Babylon unter Nebukadnezar II. das goldene Haupt. Aber es würde zugrunde gehen wie Sodom und Gomorra. Interessant ist, dass es nur wenige Jahrzehnte, und jetzt ist hier eine interessante Sache zu beobachten. Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, dass nur wenige Jahrzehnte nach dieser Prophezeiung in Jesaja Babylon tatsächlich zerstört wurde, und zwar massiv. Die Menschen starben, die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht, zerstört, und zwar durch die Assyrer unter Sancherib, der uns später noch in Jesaja auch begegnen wird. Und das war 689 vor Christus. Und wenn man diese Beschreibung hier in Jesaja, diese Prophezeiung liest, und dann die Beschreibung dessen, und das, was wir aus der Archäologie auch fassen können, dann ist man versucht zu denken, dass sich diese Prophezeiung buchstäblich erfüllte im Jahre 689. Es schien alles zu passen, bis auf eine Sache. Jesaja hatte nicht von den Assyrern gesprochen, sondern von den Medern. Das erschien nicht so realistisch. Es erschien viel realistischer, dass irgendwann die Assyrer kommen und die Stadt eroberten und dem Erdboden gleichgemacht, was sie auch taten. Und vielleicht gab es den einen oder anderen, der dachte, naja, dieses Detail mit den Medern, wer weiß, ob das genau so gemeint ist, die Eroberung von Babylon durch die Assyrer 689 vor Christus durch Sanherib ist die Erfüllung dieser Prophetie. Aber nein, obwohl es ein schlimmes Ereignis war, war es keine prophetische Erfüllung. Denn Babylon wurde kurz danach schon mit dem nächsten assyrischen König Asacharadon wieder aufgebaut. Und zwar schöner als je zuvor, sodass später Nebuchadnezzar sagen konnte, dass es das große Babylon ist, das er selbst dann vollendet hatte. Also ein Ruhm aller Königreiche. Die scheinbare massive Erfüllung der Prophetie war in Wirklichkeit nur ein kurzes Zwischenspiel ohne prophetische Bedeutung. Die wahre prophetische Erfüllung kam dann später. Und zwar mit jedem einzelnen Detail. Es waren tatsächlich die Meder und nicht die Assyrer. Wenn wir manchmal sehen, dass Prophezeiungen sich fast erfüllen oder zu 95 Prozent und wir den Eindruck haben, naja, dann muss es ja das sein. Dann lasst uns aus dieser Geschichte etwas lernen. Lasst uns darauf warten, auf die Erfüllung, die wirklich in jedem Detail der biblischen Prophetie entspricht. Auch wenn uns die Nachrichten und das Zeitgeschehen den Eindruck erwecken, dass so im Wesentlichen vielleicht das schon eine prophetische Erfüllung sein kann. Nein, Prophetie erfüllt sich immer bis auf den Buchstaben, exakt auf das, was dort wirklich in der Bibel steht. Vers 20 über Babylon. Sie wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten und keine Hirten werden ihre Herden dort lagern lassen, sondern Steppentiere werden dort liegen und ihre Häuser werden voller Eulen sein und Strauße werden dort hausen und Ziegenböcke herumhüpfen und wilde Hunde werden heulen in ihren verödeten Palästen und Schakale in den Lustschlössern. Ihre Zeit ist nahe herbeigekommen und ihre Tage sollen nicht verlängert werden. Nach der Eroberung durch Kyros 539 blieb die Stadt zunächst noch bewohnt. Noch 200 Jahre später wollte Alexander der Große diese Stadt zu seiner neuen Hauptstadt machen. Aber dann verfiel die Stadt zusehends immer mehr. 275 vor Christus unter den Diodochen wurde die Stadt, wurde ein Großteil der Bevölkerung nach Seleukia umgesiedelt. Und dann ging Ende der Antike war die Stadt im Wesentlichen bedeutungslos. Noch im 10. Jahrhundert im Mittelalter gibt es Berichte von einem kleinen Dorf Babylon und danach nur noch Ruinen. Und dann geriet sogar die Lokalität in Vergessenheit, bis es mit der Neuzeit wieder ausgegraben ist. Bis heute ist Babylon ein unbewohnter Ort geblieben. Die Prophezeiung erfüllte sich auf den Buchstaben genau. So später auch hier in Jeremia 50 und 51, wo das wiederholt wird. Aber erst zur angemessenen Zeit. Es geht weiter im Gedankengang, Jesaja 14, Vers 1. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwählen und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. Und der Fremdling wird sich ihnen anschließen und sie werden dem Haus Jakobs anhängen. Hier wird deutlich, dass die Niederlage Babylons zur Erlösung Jerusalems führen wird. Und zur Erlösung Israels, besser gesagt. Noch war gar nicht vorhergesagt, dass die Israeliten in Babylon ins Exil müssten. Aber hier ist das schon implizit mit vorausgesagt. Und die Erlösung sollte auch für Nicht-Israeliten zum Segen werden. Lesen wir weiter. Und die Völker werden sich ihrer annehmen und sie an ihren Ort bringen. Und das Haus Israel wird sie im Land des Herrn als Knechte und Mägde zum Erbbesitz erhalten. Gottes Plan war natürlich, dass Israel eigentlich das herrschende Königreich sein würde und die ganze Welt mit dem wahren Gott und der wahren Erlösung bekannt machen würde. Leider hat sich diese Prophezeiung nie buchstäblich erfüllt. Und weil sie diese Erfüllung allerdings aus falschen Motiven wünschten, haben sie dann zur Zeit Jesu sogar den Messias abgelehnt. Sie wollten dann Weltreich werden, aber ohne das geistliche Verständnis. Endgültig erfüllt sich dieser Vers geistlich nach dem Fall des endzeitlichen Babylons, wenn das geistliche Israel die Königsherrschaft empfängt, wie in Daniel 7 und Offenbarung 20 und 21 beschrieben. Und es geschehen an dem Tag, an dem der Herr dir Ruhe verschafft von deiner Qual und Unruhe, von dem harten Dienst, der dir auferlegt war, da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel anstimmen und sagen. Hier beginnt jetzt das Lied über Babylon in besonderer poetischer Form. Das Wort Spottlied kann auch einfach ein Gleichnis sein. Und hier haben wir schon einen Hinweis darauf, dass Babylon selbst zu einem Gleichnis für etwas Wichtigeres wird. Wie hat der Treiber ein Ende genommen? Wie hat die Erpressung aufgehört? Übrigens das Wort aufhören und Ende nehmen, das ist jeweils das hebräische Wort Schabbat hier, das wir aus dem Wort Sabbat kennen. Der Treiber, die Erpressung, das erinnert an das babylonische Exil und das wird zum Symbol für die Sünde, die ja Knechtschaft ist nach Johannes 8, Vers 34. Der Herr hat den Stab des Gesetzlosen zerbrochen, den Herrscherstab des Tyrannen, der die Völker im Grimm schlug mit unaufhörlichen Schlägen, der im Zorn Nationen niedertrat mit schonungsloser Verfolgung. Die Babylonier haben alle anderen Nationen erobert und gnadenlos gehandelt. Wir sehen das in 2. Chronik 36, als später Jerusalem erobert wird, da kannten sie keine Gnade und damit werden sie zu einem Typus für den, um den es eigentlich jetzt gleich gehen wird. Jetzt ruht die ganze Erde und ist still, man bricht in Jubel aus. Das hat sich historisch erfüllt nach dem Fall Babylons. Insbesondere Sahaja 1 spricht davon, dass die Erde ruhig war und dass überall Frieden und Jubel war. Selbst die Zypressen freuen sich über dich und die Zählern des Libanons, sie sagen, seitdem du da niederliegst, kommt kein Holzfäller mehr zu uns herauf. Die Babylonier haben tatsächlich auf dem Libanon viel Holz geschlagen, viele Bäume gefällt, Zählern gefällt, um ihre Bauprojekte voranzubringen und zu verschönern. Wir wissen das zum Beispiel aus der Wadi Brissa-Inschrift von Nabu Kuduri Uzzur II. von Nebukadnezar, der das bezeugt. Und eine Sache sollten wir auf jeden Fall hier beachten. Die Zählern reden, sie sprechen und wir alle wissen, natürlich können Zählern nicht wirklich buchstäblich sprechen. Wir haben es also mit einer symbolischen Beschreibung zu tun, mit einer Metapher. Das ist sehr wichtig. Die wörtliche Rede ist nicht buchstäblich, sondern symbolisch. Vers 9 Das Totenreich, das ist das Grab. Hebräisch Sheol. Hier wird also symbolisch dargestellt, wie das Grab selbst, das Totenreich, sich in Aufregung gerät. Weil jetzt auch der König von Babylon stirbt und ins Grab kommt. Die Könige der Erde, die dort alle schon sind, das heißt die alle, die schon verstorben sind, das heißt im Vers 10, sie alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir und das heißt jetzt aufgrund des Kontextes nicht, dass die verstorbenen Könige anderer Völker dort irgendwo unter der Erde in einem Totenreich tatsächlich reden können, sondern es ist eine symbolische Beschreibung, genauso wie es auch symbolisch war, dass die Zedern gesprochen haben. Sie alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir. Auch du bist kraftlos geworden, wie wir bist uns gleich geworden. Auch die Babylonier mit all ihrer Herrlichkeit, mit all ihrer späteren Macht, die sie dann unter Nebukadnezar entfalten würden, würden am Ende doch wieder verloren gehen. Auch ein babylonischer König würde sterben. Der Tod ist das Ende aller Herrlichkeit. Ins Totenreich hinabgestürzt ist eine Pracht, das Rauschen deiner Hafen, Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. Alle Pracht, aller Luxus sind vergeblich, denn egal wie viel Macht und wie viel Luxus wir uns angehäuft haben, der Tod ist das unvermeidliche Schicksal. Daniel 5 zeigt das am Beispiel von Belsatzer sehr deutlich. Vers 12 Hier zeigt sich jetzt, dass tatsächlich der König von Babylon ein Typus ist für den größten Rebellen überhaupt. Hinter Babylon, das zum Typus der Sünden und der Gewaltherrschaft wird, steht der Anfänger aller Rebellion und aller Sünde und aller Bedrückung, nämlich Satan selbst. Dieser Kampf wird beschrieben in Offenbarung 12, Vers 7 und 9, den er im Himmel begann und dann auf der ganzen Erde fortgeführt hat, weil er tatsächlich alle Nationen überwältigt hat, den ganzen Erdkreis mit seiner Sünde verführt hat. Und davon ist der König von Babylon mit seiner militärischen Expansion im ganzen Alten Orient nur ein schwacher Abglanz dieser Rebellion. Jesus sagt, dass er den Satan vom Himmel hat fallen sehen. Der Glanzstern, hebräisch Helel, hier steht im Lateinischen das Wort Lucifer, der Träger des Lichtes. Babel war ja bereits direkt nach der Sintflut zum Sinnbild der Rebellion gegen Gottes Plan geworden. Gott hatte gesagt, die Menschen sollten sich auf der Erde zerstreuen, aber die Menschen sagten im Land Sinia, in der Ebene Sinia, nein, wir wollen alle zusammenbleiben, wir wollen eine Stadt bauen, wir wollen uns einen eigenen Weg in den Himmel bauen, wir wollen mit unseren eigenen Werken, mit den Ziegeln, die wir selbst festbrennen, einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Der Plan einer eigenen Erlösung durch eigene Werke als Gegenentwurf zu dem wahren Erlösungsplan, wie Gott ihn dem Jakob in 1. Mose 28 gezeigt hat, nämlich von der Treppe, die vom Himmel bis zum Sünder direkt reicht. Die andere große und wichtige Stelle über Lucifer und Satan im Himmel ist natürlich Hesekiel 28, Abvers 12, die ihr hier auch parallel dazu noch anschauen könnt. Und jetzt wird uns hier deutlich in den nächsten beiden Versen, was das grundlegende Problem aller Rebellion und deswegen schon der allerersten Rebellion gewesen ist. In Vers 13 ein Thema, das nicht nur hier aufscheint, sondern wenn wir gut aufgepasst haben in den letzten Kapiteln, immer und immer wieder auftauchte, als das eigentliche Problem, das Gott anspricht. In Vers 13, Das Prinzip des Satan ist die Selbsterhöhung, das Ich. Ich, 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 hinauf, hinauf, hinauf. Das Prinzip von Jesus, seine Geisteshaltung war exakt das Gegenteil. Und das zeigt uns die Kontrastparallele zu diesem Abschnitt in Philipper 2, Vers 5 und 8, wo es heißt, dass wir so gesinnt sein sollen, wie es Jesus Christus auch gewesen ist, der es nicht für einen Raub festhielt in der Gestalt Gottes zu sein, aber er entäußerte sich und nahm die Form eines Knechtes an. Ja, er wurde wie ein Mensch und wurde dann gehorsam bis zum Tod, ja, am Tod, dem Tod am Kreuz. Jesus hat nicht zuerst an sich gedacht, er war nicht stolz, er dachte an andere, er wollte andere retten. Und diese beiden Prinzipien sind unversöhnlich. Sie bilden diesen Kampf, den großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, der Egoismus, die Selbsterhöhung und der Dienst der Liebe, die Liebe, die das Fundament der Regierung Gottes ist. Hier geht es um das Herzen von Satan, um seine Gedanken, denn das Herz ist der Sitz der Gedanken, so sagt uns 1. Mose 6, Vers 5, Februar 4, Vers 12. Und auch in Philipper 2 geht es ja um die Gesinnung von Jesus. Ausgerechnet der König von Babylon, Nebuchadnezzar, zeigt in einer besonderen Weise beispielhaft, was solche Selbsterhöhung bedeutet. In Daniel 4 gibt es ein ganzes Kapitel, wo dieses Thema sehr breit dargestellt wird. Stolz ist ja, wie wir gesagt haben, schon vorher, immer wieder in den Kapiteln von Jesaja das Hauptproblem, wo Gott den Finger auf die Wunde legt. Und jetzt zeigt er hier anhand von Babylon, dass der Stolz nicht nur ein Problem der Assyrer und der Israeliten ist und der verschiedenen Völker, er zeigt, dass der Stolz das Problem ist, dass seit Anbeginn des großen Kampfes diese Welt niederdrückt. Luzifer hatte offensichtlich einen Thron, denn das heißt, er wollte seinen Thron erhöhen. Er war schon König. Auch die Erlösten werden ja Könige sein, nach Offenbarung 1, Vers 6 und 24. Aber er war nicht zufrieden. Er wollte seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Die Sterne sind in der Offenbarung 1, Vers 20 ein Symbol für die Engel. Jesus wird in der Bibel der Erzengel Michael genannt. Der so ist wie Gott, der über den Engeln ist. Luzifer wollte die Position vom Sohn Gottes einnehmen. Er, Jesus, ist Gott. Und damit dem Allerhöchsten gleich. Sein Name Michael bedeutet, wer so ist wie Gott. Und deswegen wollte der Satan, der Luzifer, dessen Position, die Position von Jesus haben, er wollte sich dem Allerhöchsten gleich machen. Diesen Gedanken hat er später auch der Eva weiter vermittelt, als er sagte, dass Gott ihnen die Augen aufgetan werden würden und sie sein würden wie Gott. Etwas, was Gott ihnen vorenthalten wollte. Und damit hat er die Menschen die Sklaverei der Sünde gemacht. Wer sich noch mehr dafür interessiert, für dieses ganze Thema vom Ursprung des Bösen, der sei auf einige Kapitel verwiesen. In dem Kapitel 29, der Ursprung des Bösen, im Buch vom Schatten zum Licht oder im ersten Kapitel von Patriarchen-Propheten, im ersten Kapitel von der Geschichte der Erlösung und auch im Kapitel der Fall Satans aus frühen Schriften werden diese Themen sehr ausführlich beschrieben. Wir haben auch einige sehr gute und interessante Zitate hier noch im Sendemanuskript. Vers 15 Mögen wir die Liebe Gottes im Herzen tragen, Jesus imitieren und für andere da sein. Und Gott wird uns erhöhen zur richtigen Zeit. Vers 16 Die dich sehen, schauen dich verwundert an. Sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte niederriss, der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ. Dieser Vers wird sich buchstäblich nach den tausend Jahren erfüllen, wenn die Erlösten das Gericht an Satan und an seinen Nachfolgern sehen. Aber schon historisch war Babylon oder Nebukadnezar ein gewaltiges Reich, das Länder verwüstete, das Menschen deportierte und das doch später in absolute Bedeutungslosigkeit versank, das die Gefangenen nicht nach Hause ließ. Erst Kyros, der König der Perser, hat dann die Israeliten wieder nach Palästina zurückgeschickt. Alle Könige der Völker, sie ruhen in Ehren, jeder in seinem Haus. Dieser Vers ist jetzt ein Kontrast für das folgende. Das Haus hier ist ein Symbol, eine Metapher für das Grab. Die Versen stehen im Manuskript. Du aber bist hingeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter Schössling, bedeckt mit Erschlagenen, vom Schwert durchbohren, die in eine mit Steinen bedeckte Grube hinabfahren, wie ein zertretenes Ars. Der Gesetzlose hat sich selbst geschadet. Der Tod ohne angemessenes Begräbnis galt als besondere Schande. Du wirst nicht mit jenen vereint werden im Grab, denn du hast dein Land zugrunde gerichtet. Hier sehen wir, dass der Gesetzlose sich selbst schadet. Du hast dein Land zugrunde gerichtet, hast dein Volk erwirkt. Der Same der Übeltäter, wir nennen uns an Jesaja 1, Vers 4, wo hier sozusagen dieselbe Bezeichnung für die Babylonier verwendet wird, wie für die Judäer in Kapitel 1. Der Same der Übeltäter wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden. Satan und seine Anhänger werden letztendlich nach den tausend Jahren für immer ausgelöscht werden. Übrigens hat Ellenweit diesen ganzen Abschnitt hier auch direkt bezogen auf die tausend Jahre, wo Satan nicht einmal tot ist, sondern alle anderen tot sind und er wie ein Verabscheuter, der auf der Erde dann hausen wird. Richtet eine Schlachtbank her für seine Söhne, um der Missetat ihrer Väter willen, damit sie nicht wieder aufkommen und die Erde in Besitz nehmen und den Erdkreis voller Städte machen. Hier wird bildlich dargestellt, dass die gesamte babylonische Dynastie ausgelöscht werden wird, sodass Babylon nie wieder zu einem Königreich werden wird, was sich dann auch erfüllt hat. Und das bedeutet, dass antitypisch der Satan mit seinem gesamten Samen, nach 1. Mose 3, 15 und Johannes 8, 44, alle Gottlosen, so ausgerottet wird, dass die Sünde sich nie wieder erheben wird, wie Nahum 1, Vers 9 sagt. Hier endet das Lied über Babylon. Das geht weiter in Vers 22. Ich will gegen sie aufstehen, spricht der Herr. Der Herr schon und von Babel ausrotten Namen und Überrest. Spross und Schössling. Ganz interessant. Die Parallelen, den Spross und Schössling, sind beides Begriffe, die ja vorher in Jesaja 4, Vers 2 und 11, Vers 1 für den Messias verwendet worden sind. Hier wird also deutlich, dass das Begriffe sind, die synonym mit Nachkomme für Same sind. Es geht also um den Samen Davids, den Samen der Frau, den Schössling, und den Samen und den Schössling, den Spross Satans. So wie in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will es zum Besitztum der Igel machen und zu Wasser sümpfen und will es wegwerfen mit dem Besen, will es wegfegen, Verzeihung, mit dem Besen des Verderben, spricht der Herr der Herrscher. Hier wird angeknüpft an die letzten Verse von Kapitel 13. Der Herr der Herrscher hat geschworen und gesagt, für wahr es soll geschehen, wie ich es mir vorgenommen habe, und es soll zustande kommen, wie ich jetzt beschlossen habe. Hier beginnt nochmal eine neue kurze Prophezeiung über Assyrien. Ich will den Assyrer zerschmettern in meinem Land und ich will ihn zertreten auf meinen Bergen. So wird sein Joch von ihnen genommen werden und seine Last von ihren Schultern fallen. Hier wird noch einmal die Niederlage der Assyrer in Judah vorhergesagt, die wir schon in Jesaja 10, Vers 16 bis 19 gesehen haben, vor allem 10, Vers 32 und 34 und auch in Kapitel 9, Vers 3, die sich dann in Jesaja 37 erfüllen wird. Dazu werden wir noch kommen. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde und dies ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Gottes Plan hat weltweite Implikationen und Bedeutung. Auch damit sehen wir wiederum, dass dieses Ereignis vor den Toren Jerusalems, das wir dann in Jesaja 37 sehen werden, wohl typologische Bedeutung für die Endzeit haben wird. Denn der Herr, der Herrscher hat es beschlossen. Wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie abwenden? Diese Idee hatten wir schon in Jesaja 8, Vers 9 und 10. Nur umgekehrt. Die Pläne der Völker scheitern alle an Gott, aber niemand kann Gottes Pläne aufhalten. Vers 28. Im Todesjahr des Königs Ahas ist dieser Ausspruch ergangen. Das Todesjahr von Ahas war das Jahr 716 im Herbst bis Herbst 715, also 24 Jahre nach Jesaja 6. Zu dieser Zeit war das Nordreich Israel bereits verloren gegangen, damals durch Salmanasseh V. Und in Assyrien herrschte bereits seit 722 der König Sargon II. Übrigens hat Ellen Wei diesen Vers 28 in einem Kommentar auf die Verse 24 und 27 bezogen. Also es sieht so aus, als dass auch die gerade erwähnte Weissagung gegen Assyrien in diesem Jahr gegeben worden ist. Aber jetzt ab Vers 29 geht es um die Philister. Freue dich nicht ganz Philisterland, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug, denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Natte hervorkommen und deren Frucht wird ein fliegender, feuriger Drache sein. Die Philister lebten ja an fünf kleinen Stadtstaaten an der Mittelmeerküste westlich von Judah. In früheren Generationen hatten die Israeliten die Philister bezwungen. David natürlich und zuletzt wiederum König Usir. Aber durch den Krieg zwischen Judah und Israel, den wir in Kapitel 7 ja kennengenannt haben, waren die Philister wieder unabhängig geworden zur Zeit des König Ahas. Aber diese Freude sollte nicht lange wehren, denn erstmal hat auch schon Hiskia wieder die Philister geschlagen. In 2. Könige 18, Vers 8. Und dann würde dieser fliegende, feurige Drache kommen. Manche haben vermutet, dass da vielleicht der Messias stecken könnte, aber ich denke, der Kontext legt eher die assyrische Invasion nahe. Oder vielleicht sogar dann die Babylonier. Und der Drache erinnert uns natürlich ja an Offenbarung 12, Vers 3 und 4. Und die Erstgeborenen der Armen werden weiden und die Geringen sicher wohnen, aber deine Wurzel will ich durch Hunger töten und deinen Überrest wird er umbringen. Die Armen und Geringen sind wohl die Armen und Geringen in Judah, die trotz der assyrischen Invasion bewahrt werden, aber die Philister werden vollständig vernichtet werden. Jamro Tor, Schreio Stadt, verzage ganz Philisterland, denn von Norden kommt Rauch und eine lückenlose Schar. Hier wird deutlich, dass es sich um die Invasion aus dem Norden durch die Assyrer handelt. 711, das wissen wir, ist Aschdod, die Stadt der Philister von den Assyrern, erobert worden. Später hat auch Jeremia 25 die babylonische Invasion angekündigt. Beide Mächte marschierten von Norden ein. Was wird man den Boten des Heidenvolkes antworten, dass der Herr Zions Grundmauern gelegt hat? Und dort werden die Elenden seines Volkes Zuflucht finden. Angesichts des Untergangs der Philister würde sich die Frage stellen, was wird mit dem benachbarten Judah geschehen? Und die Antwort würde sein, Gott hat ein Fundament gelegt. Seine Erlösung ist zuverlässig, selbst wenn alles andere zusammenbricht, gibt es ein Fundament für alle Elenden, die sich zu ihm wenden. Das ist nämlich Christus selbst. Er ist das Fundament, auf das wir vertrauen können. Er ist der Eckstein, auf den wir bauen können, wenn alles andere zusammenbricht. Kapitel 15, Vers 1, die Last über Moab. Moab war ein kleines Königreich, östlich von Judah und dem Totenmeer. Wir kennen es schon aus 4. und 5. Mose. Die Moabiter waren ja Nachkommen von Lot. Und das heißt hier, über Nacht wird Armoab verwüstet, es ist vertilgt. Über Nacht wird Kirmoab verwüstet, es ist vertilgt. Armoab ist vermutlich eine größere Stadt südlich des Anon. Anon, Udo Worschech, unsere adventistische Archäologe, hat sie mit Chirbet el-Balu identifiziert. Die Koordinaten haben wir sogar im Sendemanuskript. Ihr könnt das mal auf Google Maps suchen. A ist Moabitisch für Hebräisch, die Stadt Moabs. Kirmoab heißt ebenfalls die Stadt oder die Mauer Moabs und war wohl eine größere Stadt. Traditionell ist das Kerak. Man steigt zum Haus hinauf und nach Dibon zu den Höhen, um zu weinen. Moab jammert auf dem Nebu und in Medeba. Und auf allen seinen Häuptern sind Glatzen und alle Bärte sind abgeschnitten. Ein Bild der Schande und der Trauer. Dibon selbst heißt wörtlich Trauer oder Verschmachten. Nebu, das ist der Berg, auf dem Mose starb. Auch hier haben wir die Koordinaten eingegeben. Der heutige Jebel in Nebar. Und es heißt weiterhin Vers 3. Auf ihren Gassen sind sie mit Sacktuch umgürtet. Auf ihren Dächern und Plätzen jammert alles und zerfließt in Tränen. Die Vision über Moab ist insbesondere sehr emotional. Das werden wir jetzt noch sehen. Vers 4. Hesbon und Eleale schreien bis, ja, jetzt hört man ihre Stimme. Hesbon wird meistens im heutigen Hispan lokalisiert. Unsere Freunde, unsere Geschwister von der Andrews-Universität graben da noch heute. Das sind eigentlich Städte, die dann zum Ostjordan-Gebiet der Israeliten gehört haben. Also nördlich vom eigentlichen Kernmoab. Zu dem Gebiet, das die Israeliten von den Amoritern erobert hatten. Das die Amoriter zuvor von den Moabitern erobert hatten. Jahatz war die Stadt, wo man gegen Sihon von Hesbon siegte. In 4. Mose 21, die Lokalisierung ist allerdings unsicher. Und wenn man sich das geografisch anschaut, dann heißt hier der Vers, dass die Schreie noch über Kilometer weit, über weite Entfernung gehört werden. So stark ist der Schmerz, so stark ist die Verzweiflung, so stark ist die Bedrückung durch die kommende Invasion. Vers 5, jetzt ein ganz besonderer Vers. Von Herzen jammere ich um Mord. Das ist Jesaja, der Prophet für das Südreich Judah. Und als er sieht, was mit den benachbarten Moabitern geschehen wird, jammert er, er hat tiefes Mitleid. Und das werden wir sehen in den nächsten Wochen. Nicht das einzige Mal, dass er tiefes Mitleid mit den Heiden hat. Und sich wünscht, dass es ihnen nicht so gehen würde. Von Herzen jammere ich um Mord. Und wir können uns die Frage stellen, wie oft jammern wir, weil es Ungläubigen schlecht geht. Diese herzerreißenden Szenen haben Jesaja, der so erfüllt war vom Heiligen Geist, so traurig gemacht. Von Herzen jammere ich über Moab. Sie fliehen bis nach Zoa, nach Eglat, Schelischia. Sie steigen weinend die Anhöhe nach Luchet hinauf. Auf dem Weg nach Horonheim erheben sie ein erschütterndes Geschrei. Denn die Wasser von Nimrim sollen zur Wüsten werden. Ja, das Gras ist verdorrt, alles Kraut abgefressen. Kein grünes Halmchen ist mehr da. Dieses Bild von der verdorbenen Ernte, oder von der Ernte, die nicht da ist, kennen wir aus Joel 1. Darum tragen sie den Rest ihrer Habe, was sie noch retten können. Über den Weidenbach eine Flucht, denn der Feind kommt von Norden. So geografisch ist die Richtung dieser Prophezeiung Richtung Süden. Die Moabiter fliehen. Ja, das Geschrei dem ganzen Land Moab um ihr Wehklagen reicht bis nach Ekleim, bis nach Be'er Elim ihr Geheul, denn die Wasserdämon sind voll Blut. Ja, ich verhänge noch mehr über Dämon, über die entkommenden Moabiter. Kommt ein Löwe auch über den Überrest, der noch im Land ist. Eine dramatische Beschreibung des feindlichen Angriffes. An der Stelle werden wir nächste Woche sehen, wie diese Prophezeiung ab Kapitel 16 über Moab weitergeht, denn sie hört hier noch nicht auf. Die Kapiteleinteilung endet, aber die Prophezeiung geht dann nächste Woche über Moab weiter. Wir sehen, dass Jesaja großes Mitleid hatte mit den Heiden. Er hat nicht einfach nur eine prophetische Botschaft, kalt und kühl weitergegeben. Nein, es hat ihn mitgenommen. Aber vor allem sehen wir, wie er hinter den Kulissen des Zeitgeschehens die Aktivitäten des Satan selbst erkannte, den großen Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Liebe und Stolz. Und wir haben gesehen, wie in all dem Jesaja die Herrschaft des Messias ankündigt. Das Königreich dessen, der sich nicht als mächtige Zeder vorstellt, sondern als ein Zweig, der dennoch wie ein Banner dastehen wird und alle Völker, die nach Wahrheit und Gerechtigkeit suchen, werden zu ihm kommen. Und dann, wenn wir diese Erlösung annehmen, wenn wir zu den Übrigen zählen, dann dürfen wir sagen, siehe Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Möge das, lieber Freund, liebe Freundin, deine Erfahrung sein, möchtest du dich entscheiden, diesen Jesus persönlich als deinen Erlöser in deinem Leben anzunehmen und ihn zu bitten, dass er dich von allem Stolz, von allem Egoismus, von aller Sünde reinigt und dich davon rettet. Er hat es versprochen, dass er es tun wird. Und lasst uns gemeinsam ihn loben und ihm danken, so wie er es hier uns gezeigt hat. Lasst uns noch gemeinsam miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du im Buch Jesaja uns zeigst, was wirklich hinter den Kulissen gespielt wird, dass der große Kampf in seiner Schönheit und in seiner Dramatik sich vor unseren Augen entfaltet, dass dein Charakter in seiner Schönheit sichtbar und deutlich wird. Und Herr, wir möchten aus Erfahrung sagen können, was wir in Jesaja 12 gelesen haben. Wir möchten teilhaben am Triumph des Evangeliums, wenn es in die ganze Welt hinaus posaunt wird, dass Jesus Ruhe gibt und Frieden und Erlösung und Kraft und Stärke. Herr, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns für heute, sehen uns nächste Woche wieder und wünschen euch von Herzen Gottes Segen beim Studium seines Wortes. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020